Was entsteht eigentlich gerade in Limgo? Kurz gesagt, dort entsteht eine Smartfood Factory, also eine intelligente Lebensmittelfabrik, in der die Zukunft der Lebensmittelindustrie erforscht wird. Nun das Ganze nochmal etwas ausführlicher. Unter dem Motto Where Food Meets IT entsteht auf dem Campus der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe aktuell eine Forschungs- und Demonstrationsplattform für die Digitalisierung in der Lebensmitteltechnologie. Aber was heißt das genau und was ist das Ziel des Projekts? In der Smartfood Factory sollen neue Technologien, Produkte und Prozesse für die Lebensmittelbranche entwickelt werden. Zu diesem Zweck werden aktuelle gesellschaftliche Trends, wie beispielsweise die Reduzierung der Lebensmittelverschwendung oder die Entwicklung von Fleisch- und Milchersatzprodukten, aufgegriffen und wissenschaftlich analysiert und umgesetzt. Dadurch wird nicht nur eine effizientere Lebensmittelproduktion möglich, sondern auch der Weg zu einer nachhaltigen, individualisierten und hochwertigen Ernährung geebnet. Sowohl für Unternehmen als auch für die Gesellschaft sind somit spannende Themen und Projekte garantiert. Aber wie genau ist so eine Smartfood Factory aufgebaut? Schauen wir uns das mal vereinfacht an. Im vorderen Teil des Gebäudes findet man Laborräume, Coworking Spaces und ein Foyer für Workshops und Seminare. Hier können Besucher und Besucherinnen oder Unternehmen sich informieren und an einem spannenden Vortrag teilnehmen. Im hinteren Bereich der Smartfood Factory befindet sich die Werkhalle. Hier werden Demonstratoren entwickelt und an innovativen Produktionsanlagen geforscht. Je nach Forschungsgebiet werden diese Anlagen gewechselt. Aber was ist eigentlich das Besondere an dem gesamten Projekt? Die Smartfood Factory ist nicht nur ein Gebäude, sondern hier wird zusammen mit Unternehmen und Verbrauchern an einer zukunftsfähigen und nachhaltigen Lebensmittelproduktion geforscht. Qualitativ hochwertige und sichere Lebensmittel, mehr Transparenz und weniger Lebensmittelverschwendung. Das wollen wir hier zusammen erreichen. Und das ist einzigartig in Deutschland. Interesse geweckt? Wenn du also an Workshops, Seminaren, Forschungsprojekten und weiteren Informationen rund um das Thema intelligente Lebensmittelproduktion teilhaben möchtest, dann melde dich unter info at sft-owl.de oder komm einfach mal vorbei. Wir freuen uns auf deinen Besuch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.